Hamburgs Food-Szene wurde stark kritisiert, schärfstens ins Visier genommen. Wir haben angeblich keine Ahnung, um das Ganze zusammenzufassen. Wir haben Dönerladen nicht auf dem Schirm, der wohl die absolute Nummer 1 sein soll in Hamburg. Ich spiele euch mal erstmal die Szene vor, Stimme nachgesprochen, Bild unkenntlich gemacht. Danach sage ich nochmal was dazu.